Herzlich willkommen zu meinem Sonntagswort, heute am Christkönigssonntag, dem letzten Sonntag des Jahreskreises, bevor wir dann am nächsten Sonntag in den ersten Advent starten. Im Evangelium am heutigen Sonntag geht es um das Königreich Jesu. Und er wird angefragt, was für ein König er ist. Er ist ein König, der nicht mit Macht regiert, sondern er ist ein König, der mit Barmherzigkeit und Hilfe für andere regiert. Vielleicht können wir anderen auch Hilfe erweisen, wo wir sehen, dass sie nötig ist. Vielleicht da, wo es vielleicht so nicht wirklich auffällt, wo wir etwas spüren müssen, dass da Hilfe nötig ist. Zu diesem Spüren und zu dieser Hilfe für andere lade ich euch heute ganz herzlich ein, verbunden mit dem Segen Gottes, dem Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch einen guten und gesegneten Sonntag.